schaut euch das mal an, mein foto, ihr seht es ein bisschen, wurde einfach gerettet vom playbutton, der playbutton hat einfach mein foto gerettet, oh mein gott, klebt sogar noch, ist abgeflogen, ey was, ein müll, leute, der neue team pad hoodie wird bald rauskommen, schaut euch diesmal an, ich finde den so cool, schreibt gerne mal in die kommentare was ihr davon haltet, ich bin echt gespannt auf euer feedback, ne, leute, mein mini crewmate pad und ich machen gerade eine kleine spritztour, deswegen kommt heute doch kein video online, tut mir leid, aber heute eine pause, der mini pad und ich unterschreiben aktuell alle autogrammkarten, ihr seht es leute, da sind sie sehr sehr viele, sind am start, es kommt sehr wahrscheinlich anfang juni, das wird sehr cool.